Das ist Arielle Rippegethas neuer Freund Didi. Die einstige DSDS-Teilnehmerin Arielle Rippegether, 29, ist mächtig verknallt. Weron Didi heißt die neue Liebe in ihrem Lieben. Aber Moment, den kennen wir doch. Wie süß das Paar zusammen ausschaut, zeigen wir im Video. Didi nuckelte früher mal an Claudia Obert. Wo haben wir dieses Gesicht schon mal gesehen? Ach, jetzt fällt's uns wieder ein. Zwischen Claudia Oberts, 59, zählen. Wer jetzt glaubt, wir machen Witze, ist auf dem Holzweg. Denn Arielles neuer Herzensmann Didi war bei Trash-Dating-Show Claudias House of Love dabei. Die wurde von satt. Einst zwar mangels Zuschauerinteresse rasch abgesetzt. Wir und eine Handvoll anderer Menschen haben aber trotzdem gesehen, wie Didi der Luxus-Lady aus Kampf der Reality-Stars in der Show die Zähne ableckte. Okay, Didi, haken wir unter Jugendsünde ab. Und wir sind uns sicher, dass der stilbewusste Kerl sich vor dem ersten Date mit Arielle so oder so die Zähne geputzt hat. Zehenlutsch-Vergangenheit hin oder her. Was aber weniger lustig ist als Didis Vergangenheit. Das verliebte Paar hat jetzt mit fiesen Anfeindungen zu kämpfen. Welche das sind, erzählt Arielle oben im Video.